Haben wir schon über Herz gesprochen, über Gehirn, über diese beiden prominenten Organe und dann haben wir auch angesprochen, dass die Ionenkanäle eigentlich in allen Zellen vorkommen. Und jetzt gibt es diese Krankheit in einer alternden Gesellschaft, die sich Krebs nennt. Welche Rolle spielen eigentlich Ionenkanäle in der Krebstherapie? Weil es läge doch eigentlich nahe, wenn die überall in allen Zellen vorkommen, dass man die dann auch adressiert. Kann man sie denn überhaupt gezielt für die Behandlung von bestimmten Tumorerkrankungen einsetzen? Interessante Frage. Ja, insbesondere Kaliumkanäle werden schon lang mit Krebszellen in Verbindung gebracht. Es gibt auch einige Ionenkanäle, also der ERK-Kanal, ISA-L-GO-GO, also TAS-Kanäle, KV-Kanäle. Einige von denen sind sogar Biomarker für Krebs. Interessanterweise ist mir nicht bekannt, dass wirklich viele Pharmafirmen an Ionenkanäle für die Behandlung von Krebszellen bearbeiten. Und ich mir auch nicht sicher wäre, ob Ionenkanäle kausal sind oder eine Reaktion der Krebszelle auf das verstärkte Wachstum, auf die veränderten Sauerstoffgehalt in dem Gewebe, worauf dann die Zellen mit einer verstärkten Expression vielleicht der Kanäle reagieren. Ganz spontan jetzt, Stefan, also wirklich ganz spontan. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Vielleicht wäre es ein interessantes Konzept, nicht Kaliumkanäle zum Beispiel als Cancer-Krebstarget zu adressieren, alleine, um den Krebs zu behandeln, sondern vielleicht wäre es ein Konzept zusammen mit einem klassischen Krebsmedikament, einem Kaliumkanal-Antarionist, um dann quasi die Wirkung dieser klassischen Krebsmedikamente zu verstärken. Ich bin mir sicher, bei den Tausenden von Krebszellen, Krebswissenschaftlern, die es gibt, wenn wir das mit Sicherheit schon mal jemanden angeschaut haben, bin ich kein Experte drin. Es ist aber wirklich interessant, dass eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Erkrankungen tatsächlich Ionenkanäle keine prominente Rolle, also zumindest meines Wissens nach für die Krebsforschung spielen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.